Wandmalerei ist eine Form der Müllkunst, bei der das Bild nicht, wie bei einer Tafelmalerei, auf eine Holztafel oder Leinwand aufgetragen wird und zum mobilen Einsatz bestimmt ist, sondern auf eine Wand oder Decke so appliziert wird, dass sie fest mit dem Untergrund verbunden ist. Die Wandmalerei ist neben der Bildhauerei die älteste überlieferte Kulturleistung der Menschheit. Bei einer Wandmalerei versucht der Künstler, das charakteristisch Flächige der Wand zu wahren oder den Eindruck von Dreidimensionalität zu erzeugen, Geschichte. Frühzeit die Wandmalerei ist eine der frühsten Kulturleistungen der Menschheit. Mithilfe der Radiocarbon-Methode konnte man die Entstehungszeit von ersten Höhlenmalereien auf etwa 31.500 Jahre vor Christus datieren. Die 1940 von zwei Jungen in den Höhlen von Lascaux in Frankreich entdeckten ca. 18.000 Jahre alten Abbilder von wie sonst. Pferden und Auroxen auf den Felswänden sind bereits Zeugnisse von einer fast abstrakt anmutenden Meisterschaft der Künstler des Neolithikums. Andere Zeugnisse von Wandmalereien aus dem jüngeren Neolithikum finden sich in Kettelhöyük, wo diese Malereien besonders gut erhalten sind und wohl Kulträume schmückten. Auch an anderen Orten im Nahen Osten finden sich jedoch meist weniger gut erhaltene Wandmalereien aus dieser Zeit. Ägypten zahlreiche Wandmalereien haben sich in Grabkapellen der alten Ägypter erhalten. In diesen Wandmalereien wurden vorwiegend für das nach ägyptischem Glauben notwendige Beigaben zum Überleben in der anderen Welt dargestellt, über das die Toten auf diese Weise dann dort verfügen konnten. So befinden sich dort viele Darstellungen von Nahrungszubereitung oder auch von Werkstätten, in denen sich die Verstorbenen notwendige Gerätschaften herstellen konnten. Sie sollten zum einen das Überleben im Jenseits garantieren, jedoch auch als Statussymbol den Wohlstand des Verstorbenen in der Totenwelt demonstrieren. Gartendarstellungen geben die Vorstellungen der damaligen Künstler von dem Aussehen der jenseitigen Welt wieder. Oftmals hatten diese Wandmalereien auch religiöse und zeremonielle Bedeutung und sollten durch ihre erzählende Bildhaftigkeit wohl auch teilweise die der Hieroglyphen Schriftleseunkundigen anschaulich über die dargestellten Themen unterrichten. Auch profane Bauten wurden zu dieser Zeit mit Wandmalereien ausgestattet. Doch sind von solchen Gestaltungen wegen des schlechteren Schutzes sehr viel weniger Beispiele erhalten geblieben. Im Alten Reich und Mittleren Reich dominierten monochrome Bemalungen, seit dem Neuen Reich sind auch figürliche Darstellungen bekannt. Vor allem die Paläste in Malkette und Amarna waren mit polychromen Wandmalereien ausgestattet. Hier findet man Darstellungen von Nielandschaften, der Herrscher und deren Dienerschaft, es finden sich auch Abbildung unterworfener Feinde, womit kriegerische Erfolge für die Zeitgenossen und Nachfahren festgehalten werden sollten. Die Bilder nehmen oftmals direkten Bezug zur Funktion des Raumes. Die Wandmalereien in den Häusern hoher Beamter dienten dagegen mehr dekorativen Zwecken und zeigten vorwiegend geometrische und pflanzliche Motive. Vorderasien In Vorderasien wurden in dieser Zeit insbesondere Wohnbauten und Paläste mit Wandmalereien versehen, von denen jedoch bis auf einige wenige Reste nur noch Fragmente erhalten sind. Im Tempel von Telukaya sind gut erhaltene Malereien mit Löwen- und Leopardenmotiven zu sehen, deren Entstehungszeit auf ca. 3000 v. Chr. datiert wird. Auch im Palast von Mari befinden sich figürliche Malereien. Weitere Beispiele für eine reiche Ausmalung liefern ein Palast in Nuzi und ein assyrischer Stadthalterpalast in Tilbaasib, Ägäis. Eine besondere Blüte erlebte die Wandmalerei im Ägäischen Raum, wo Paläste und Wohnhäuser sehr farbintensiv ausgemalt wurden. Diese Malereien sind in der Regel in der Freskotechnik ausgeführt, während die in Ägypten und Vorderasien meist um Sekomalerei handelt. Es finden sich Gartenlandschaften und figürliche Szenen. Die sich vor allem durch ihre Lebendigkeit und die Darstellung von Bewegungsabläufen zunächst von den gleichzeitig entstandenen Malereien in Vorderasien unterscheiden. Der sogenannte minoische Stil wurde jedoch so berühmt, dass sich Könige in Ägypten und in der Folge auch in Vorderasien in diesem Stil malende Künstler an ihre Höfe holten und ihre Paläste von diesen ausgestalten ließen. So wirkte sich der Ägäische Einfluss auch auf die ägyptischen Malereien aus. Klassische Antike Europa Obwohl im Gegensatz zur Vasenmalerei so gut wie keine Wandmalereien aus der griechischen Antike erhalten sind, scheinen die Künstler dieser Zeit die illusionistische Wandmalerei nahezu perfekt beherrscht zu haben. Wie ein von Plinius dem älteren überlieferter Wettstreit der Künstler Zeuxis von Herakleia und Parhasios um 400 v. Chr. zeigt. Dabei habe Zeuxis die Trauben in seinem Wandbild so täuschend echt dargestellt, dass sie Vögel herbeigelockt hätten. Parhasios dagegen habe in seinem Bild wiederum einen Vorhang so naturgetreu wiedergegeben, dass Zeuxis die Entfernung des Vorhangs verlangt habe, damit das gesamte Bild beurteilt werden könne. Als Zeuxis seinen Irrtum erkannte, habe er den Preis beschämt dem Parhasios zu erkannt, da er selbst zwar das Getier, jener aber den Künstler habe täuschen können. In Etrorien, einer vorwiegend von Bronze- und Keramikhandwerkern besiedelten Region um den Trasimenischen See in Italien, finden sich aus dieser Zeit vorwiegend ausgemalte Grabkammern. Themen der etruskischen Wandbilder waren wie auch im alten Ägypten Situationen aus dem Diesseits, von denen man sich eine positive Auswirkung auf das Leben des Verstorbenen im Jenseits versprach, so wurden vorwiegend Freuden des Lebens wie Z. B. Bankette dargestellt. Im Römischen Reich leistete sich fast jeder Hausbesitzer, der einem gehobenen Stand angehörte, die Bemalung der Wände seines Hauses. So verbreitet wie hier war, jedenfalls gemessen an der Zahl der Einwohner, die Wandmalerei sonst nie wieder. Diese Entwicklung begann zwar schon bei den Griechen vor der Zeitenwende, erreichte aber ihren Höhepunkt im ersten nachchristlichen Jahrhundert im Römischen Reich, wo selbst in den abgelegensten Provinzen die willenreicher Bürger ausgemalt waren. Die Entwicklung der römischen Wandmalerei wird in verschiedene Stile unterteilt. Durch den Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79, dessen Aschering die Städte Pompeji und Herkulaneum unter sich begrub und luftdicht abschloss, haben sich zahlreiche Wandgemälde in den Villen der reichen Bürger Roms, die hier ihre Landsitze hatten, in fast unversehrtem Zustand erhalten. Bei den im 18. Jahrhundert einsetzenden Ausgrabungen wurden allerdings viele Wandbilder durch unsachgemäße Behandlung oder auch, um die abgehobenen und anderswohin verbrachten Fragmente möglichst gering und damit kostbar zu halten, unwiederbringlich zerstört. Im dritten nachchristlichen Jahrhundert setzte offensichtlich ein Niedergang der Wandmalerei ein, aus der nachfolgenden Zeit lassen sich nur wenige Beispiele dieser Kunstform und dies meist nur in sakralen Bauten finden. Im alten Rom und Byzanz wurde die Wandmalerei unter anderem auch wegen der besseren Haltbarkeit oftmals durch das Mosaik ersetzt und oder ergänzt. Asien auch bei den Pathören und Sassaniden war die Wandmalerei mit Sicherheit eine weit verbreitete Kunstform. Allerdings sind diese Werke oftmals nur in Fragmenten erhalten. Die pathische Malerei ist von einer starken Frontalität geprägt, während die auf ihnen folgenden Sassaniden Darstellung im Profil bevorzugten. Auch in Zentralasien erlebte die Wandmalerei besonders mit der Verbreitung des Buddhismus eine weite Verbreitung. Heiligtümer Buddhas waren oftmals reich mit Szenen aus seinem Leben ausgemalt. Wobei man in Zentralasien auch zahlreiche ausgemalte Höhlen Heiligtümer findet. Diese Blüte endete an vielen Orten mit dem Aufkommen des eher bilderfeindlichen Islam. In Indien gelten die buddhistischen Felsmalereien in den Höhlen von Ajata als Meisterwerke dieser Epoche. Spätere Werke in Ajata sowie hinduistische, jainistische und buddhistische Darstellungen in den Höhlen von Ilare setzten den Gupta-Stil fort. In China sind vor allem in der Tang-Dynastie die monumentalen Grabanlagen hohe Hofbeamter und von Mitgliedern des Königshauses ausgemalt worden. In China gibt es auch zahlreiche buddhistische Tempel in Höhlen hineingebaut, die mit Wandmalereien versehen sind. Eine eigene Spielart des Buddhismus in Tibet stellen tibetisch-buddhistische Wandmalereien dar. In der Sheikh Rawati-Region im Norden Indiens, vor allem im Ort Mandawa, existieren noch mehrere im 19. und frühen 20. Jahrhundert mit naiven und religiösen Themen bemalte Kaufmannshäuser. Aber auch in einigen ländlichen Regionen Indiens wurden die Lehmhäuser mit geometrischen oder Flora in Ornamenten bemalt. Die von den Bewohnern über Jahrhunderte tradiert worden sind Afrika. Zahlreiche Wandmalereien sind aus Nubien bekannt. Nubien war von ca. 500 bis 1500 zum großen Teil christlich und die meisten dortigen Kirchen wurden mit Szenen aus der Bibel ausgemalt. Die Malereien orientierten sich stilistisch stark an byzantinische Vorbilder. Auch hier erendet die Tradition von Wandmalerei mit der Ankunft des Islam. Mittelamerika vor allem bei den Mayas blühte die Kunst der Wandmalerei. Gut erhaltene Beispiele fanden sich in San Bartolo, wo sie die Wände einer Grabkammer schmückten. In Bonampak finden sie sich in einem Tempel. Die Bilder bedecken in drei Räumen eine Fläche von 144 Quadratmeter. Dargestellt werden der Herrscher und sein Gefolge, Tribut und Kriegsszenen, ein Strafgericht, Tanzszenen und Blutopfer von Adligen. Die Wandmalereien geben einen einzigartigen Einblick in das soziale Gefüge der Maya-Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 1. Jahrtausend zu. Z. Mitteleuropa Archäologen haben bei Grabungen an der ICE-Neubaustrecke Erfurt-Leipzig-Halle in einer prähistorischen Siedlung bei Wendungen im Burgenlandkreis. 2009 eine bemalte Wand aus rund 1500 Einzelstücken. Insgesamt rund 200 Kilogramm schwer entdeckt. Nach H. Meller handelt es sich um den bisher größten Fund von Wandmalerei der Eisenzeit nördlich der Alpen. Die Archäologen konnten aus den Teilen ein Wandstück von rund 2 Meter Länge und 1,5 Meter Höhe wiederherstellen. Möglicherweise zierte die bemalte Wand die Front eines bedeutsamen Gebäudes. Dominierende Farben der Malerei waren Rot, Beige und Weiß. Der Farbstoff war Hämatit, auch als Rötel bekannt. Neben typischen Ornamenten der Eisenzeit wie Dreiecken und sogenannten Esshaken sind auch Ornamente von symbolhaftem Charakter zu erkennen. Mittelalter Romanik in romanischer Zeit erlebte die Wandmalerei durch die Christianisierung einen großen Aufschwung. Die Kirchen wurden für die Leseunkundigen mit biblischen Darstellungen geschmückt, um sie mit dem Evangelium bekannt zu machen. Auch auf Burgen befanden sich Wandmalereien, allerdings eher mit weltlichen Sujets. Eindrucksvolles Beispiel ist der Iwanzyklus auf Schloss Rodeneck in Südtirol. Da es sich um sehr alte Bauwerke handelt, die in der Folge oft verändert oder abgerissen wurden, haben sich romanische Wandmalereien meist nur in beschädigtem Zustand erhalten oder wurden wie in der Siegwartskirche erst in der Neuzeit wieder freigelegt. Die Kirche wurde in den Jahren 1129 bis 1134 von Bischof Siegwart von Minden errichtet und der heiligen Ursula und den 11.000 jungen Frauen geweiht. Um das Jahr 1500 wurde die romanische Ausmalung mit weißem Kauk übertüncht und erst 1858 teilweise wiederentdeckt. In den Jahren 1930 bis 1934 wurde die Ausmalung schließlich komplett freigelegt. Die Wandmalereien zeichnen sich wie andere Werke der Romanik vor allem durch einen geringen Naturalismus und hohen Symbolismus aus. Was auch für die Plastik dieser Zeit oder die steinerne Bibel charakteristisch ist. Hierarchische Strukturen werden häufig durch die Bedeutungsperspektive und abgestufte Anordnung dargestellt. Gotik in der Gotik, die um 1140 in der Ile de France entstand und nördlich der Alpen bis etwa 1500 währte, ist die Wandmalerei neben der Glasmalerei die wichtigste Innenraum-Ausschmückung bei sakralen Gebäuden. Während in der Folge nördlich der Alpen die Wandmalerei zunehmend gegenüber der Glasmalerei an Bedeutung verlor und durch die Tafelmalerei abgelöst wurde, blieb Italien weiterhin ein Zentrum der Wandmalerei, die in der darauffolgenden Renaissance dann einen zusätzlichen Aufschwung erlebte. Einen Höhepunkt des Freskos der Gotik stellen die Werke von Giotto di Bondone mit einem vorher nicht gekannten Naturalismus dar. Er belebt den Bildraum mit Tiefe und geht auf jede seiner Figuren in Mimik und Gestik individuell ein. Zimabü hatte bereits vorher erste Schritte hin zum Naturalismus unternommen. Zwar bleiben seine Werke noch sehr byzantinisch, gewinnen jedoch schon erste Tiefe. Ihm folgt Duccio, dessen Malerei mit ihren fließenden Linien, den locker fallenden Gewändern und der schon erhöhten Tiefe den neuen Stil andeutet. Sich jedoch noch nicht von der altgotischen Darstellungsweise löst dies, blieb erst Giotto di Bondone vorbehalten. In seinen Malereien fügten sich alle Elemente eines Bildes zu einer stimmigen Einheit zusammen, was einen wesentlichen Fortschritt der Malerei bedeutete. Er war seiner Zeit so weit voraus, dass er, obwohl eindeutig der Gotik zugehörend, oft auch als Wegbereiter der Renaissance bezeichnet wird. Die Wandmalerei war damit besonders als Vorläufer der Tafelmalerei. Einer der bedeutendsten Schritte in der kulturellen Entwicklung hin zu unserer modernen visuellen Wahrnehmung. Als größter Bestand an profaner Wandmalerei des Mittelalters gilt die zwischen 1390 und 1410 im Auftrag von Niklaus Windler erfolgte Ausmalung von Schloss Runkelstein bei Bozen, die sich über acht Räume und große Teile der Außenfassaden im Burghof erstreckt und höfische Szene neben literarischen Stoffen umfasst. Renaissance eines der bekanntesten Beispiele für Wandmalerei in der Renaissance, die einen Zeitraum vom späten 14. Jahrhundert bis zum 16. Jahrhundert umfasst, ist das letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci. Da Vinci nutzte den Auftrag des Mailänder Herzogs Ludovico Il Moro, die Nordwand des Refektoriums der Dominikanerkirche Santa Maria delle Grazie in Mailand mit einem Wandbild zu versehen, dazu seine Versuche, die von ihm als umständlich empfundene Frescomalerei in einer Sekko-Technik mit selbstentwickelten Farben auszuführen, an einem Objekt auszuprobieren. Das in den Jahren 1494 bis 1498 entstandene Werk zeigte jedoch aufgrund der unzureichenden Haltbarkeit der von Da Vinci verwendeten Farbmischungen und einer zusätzlich unter dem Raum verlaufenden unterirdischen Wasserader, die den Raum mit Feuchtigkeit belastete, rasch Alterungsspuren, die bis heute aufwendige Restauratorenarbeiten notwendig machen. Als Höhepunkt der Malerei in Fresco-Technik wird allgemein die Wand- und Deckenbemalung der Sixtinischen Kapelle angesehen. Die Michelangelo zwischen 1508 und 1512 im Auftrag von Papst Julius I. ausführte. Sie wurde am 1. November 1512 enthüllt und zeigt Szenen aus der Genesis auf insgesamt 520 Quadratmeter mit 115 überlebensgroßen Charakteren. Barock im Barock nahm die Bedeutung der Wandmalerei abermals zu, besonders in Form der Deckenmalerei. Virtuos wurden architektonische Elemente in den Himmelsraum weitergeführt und der Schwerkraft der irdischen Welt trotzender Allegorien in den imaginären Luftraum projiziert. Ein herausragendes Beispiel ist das Deckengemälde im Treppenhaus der Würzburger Residenz von Giovanni Battista Tiepolo. Das für sich in Anspruch nimmt, das größte zusammenhängende Deckenfresco der Welt zu sein und als Hauptwerk des Künstlers gilt. In den Jahren 1750 bis 1753 stellte der ältere Tiepolo hier die vier Kontinente mit ihren Menschen und der Vegetation dar. Insbesondere wurden illusionistische Deckenöffnungen gerne in Barockkirchen angesetzt, um den Gläubigen sozusagen einen direkten Blick in den Himmel zu ermöglichen. Insofern führte die barocke Deckenmalerei die bereits in der Renaissance entdeckte Öffnung der Decke als Blick in den Himmel weiter. Ein Beispiel hierfür sind die in Parma ausgeführten Kuppelfresken von Antonio da Correggio. Im römischen Barock wurde die Deckenmalerei schließlich zu einem wesentlichen Mittel gegen reformatorischer Kirchenausstattungen nach den Vorbildern. Der Fresken in den Kirchen Nielgesu von Giovanni Battista Goli und in San Ignacio di Loyola in Campo Mazio von Andrea Pozzo. Die Wand- und Deckenmalerei des Barock und Rokoko versuchte, den Betrachter ganz in den Bann der Religion oder der absolutistischen Macht zu ziehen. Eine besondere Ausprägung der Wandmalerei ist die bis heute noch ausgeübte Lüftelmalerei in den Ortschaften der Alpentäler. Bekannte Beispiele solcher Fassadengestaltungen aus dem 18. und 19. Jahrhundert finden sich in Mittenwald, Garmisch sowie in Unter- und Oberammergau. Moderne mexikanische Bewegung in Mexiko entstand nach der mexikanischen Revolution eine besondere Schule der Muralistas. Die berühmtesten Vertreter dieser Schule sind Diego Rivera, David Alfa-Rosique Igeros und Jose Clemente Orozco. Die mexikanischen Muralistas waren politische Künstler, teilweise dem Marxismus verpflichtet. Bezogen sich künstlerisch allerdings sowohl auf einheimische mexikanische als auch auf europäische Traditionen der Malerei. Weltrum erlangte insbesondere Diego Rivera mit seinen unverkennbaren Murales-Wandmalereien mit politischen Motiven. Die er ab 1922 hauptsächlich in Mexiko und den Vereinigten Staaten erstellte. Als er im selben Jahr mit seinem ersten großformatigen Wand-Gemäldeschöpfung begann, bereitete er damit auch den Weg für die Entwicklung der Freskenmalerei zu einer der führenden Kunstformen des 20. Jahrhunderts. Zeitgleich war er Mitbegründer der Gewerkschaft der revolutionären Maler, Bildhauer und grafischen Künstler und schloss sich der Partido Comunista Mexicano an. Von der er 1929 jedoch unter anderem wegen Differenzen hinsichtlich der Darstellung Josef Stalins in einem seiner Wand-Gemälde wieder ausgeschlossen wurde. Ähnlich starkköpfig zeigte er sich 1933 bei der Arbeit an einem Monumentalbild im Rockefeller Center in New York City, welches er im Auftrag Jean D. Rockefellers ausführen sollte. Als er sich weigerte, ein Porträt Lenins wieder zu entfernen, wurde die Arbeit im Auftrag Rockefellers vollständig zerstört. Trotz seines Parteiausschlusses war Rivera bis zu seinem Tod überzeugter Kommunist und maßgeblich daran beteiligt, Leo Trotzki, einem Widersacher Stalins ein Visum für Mexiko und eine Unterkunft zu besorgen. Straßenkunst besonders im sozialistischen Realismus wurde die Wandmalerei auch in der Moderne für Propaganda genutzt. Auf großer Fläche, etwa in Betriebskantinen oder auf öffentlichen Plätzen, wurden plakative politische Aussagen dargestellt. Politische Botschaften, kontroversen Inhalts werden aber in vielen Ländern auch von anonymen Künstlern auf öffentliche oder private Wände gemalt. Auf Sardinien finden sich, hauptsächlich in Gebirgsdörfern, viele als muralsbezeichnete Wandmalereien. In manchen Dörfern dort, vor allem in Orgosolo, sind die Bildnisse allgegenwärtig. Die ältesten Wandgemälde dort verweisen auf den moderaten Freiheitskampf, den die um ihre Eigenständigkeit bemühten Sarden gegen die Zentralmacht Italien führten, Orgosolo war ein Hauptwiderstandsnest. Neuere Bildnisse kommentieren eher die Weltpolitik, ZB, den 11. September 2001 oder enthalten sogar Werbebotschaften. Berühmt für ihre Murals sind auch die Städte Belfast und Derry in Nordirland. In den dortigen rein katholischen und protestantischen Wohnvierteln kam es immer wieder zu politisch motivierten Unruhen, den sogenannten Trombels. Ereignisse dieser Auseinandersetzungen sind in diesen Murals festgehalten. Berühmt sind ferner die Murals der Side Creation in Lyon, die inzwischen auf gesonderten Stadtführungen präsentiert werden. Die französische Künstlergruppe Side Creation hat seit ihrer Gründung 1978 weltweit über 500 Fassadenkunstwerke geschaffen. Eine andere zeitgenössische Form der Wandmalerei sind Graffiti. Die auch besonders bei großflächigen zusammenhängenden Werken mit einer über das bloße Taggen hinausgehenden Aussage als Murals bezeichnet werden. Wandmalerei in der heutigen Innenarchitektur Nach dem Jugendstil verlor die Wandmalerei in der Innenarchitektur an Bedeutung. Bis auf wenige nennenswerte Farbgestaltungen durch Le Corbusier und Bruno Taut bevorzugten die Architekten der klassischen Moderne die Farbe des Materials und bei Wandgestaltungen Monochrome. Insbesondere helle bis weiße Farben Mitte der 1980er war jedoch eine Wiederbelebung der Wandmalerei in der Innenarchitektur festzustellen. Dies war unter anderem auf einen einsetzenden Überdruss an der vorhergehenden, als kühlempfundenen minimalistischen Raumgestaltung zurückzuführen, die das Lebensgefühl der 1980er nicht mehr widerspiegelte. Bereits um 1990 konnte man in Deutschland eine erhebliche Zunahme von Wandmalerei und der farbigen Gestaltung von Wänden in der Innenarchitektur feststellen. Dabei unterstützten neu entwickelte und leicht zu verarbeitende Farben, Die Künstlern einen unkomplizierten und freien Umgang mit dem Sujet bei maximaler Haltbarkeit ermöglichten diese Entwicklung. So waren zum Beispiel die feuchtraumgeeigneten Acrylatfarben auch in Schwimmbädern oder den zu dieser Zeit aufkommenden Wellnesslandschaften einsetzbar. Bedeutender Vertreter dieser neuen Wandmalerbewegung ist der Künstler Graham Rust. Seit den 1990er Jahren haben sich Malereien als Wanddekorationen in der zeitgenössischen Wohnkultur trotz teils erheblicher Herstellungskosten wieder fest etabliert. Heute gliedert sich die Wandmalerei in verschiedene Bereiche, deren künstlerischer Wert unterschiedlich bewertet wird. Zu unterscheiden sind Illusionsmalereien, ornamentale Wandgestaltungen, Tapetenmalereien oder historisierende Oberflächen. Etwa Marmoreimitationen und Schabloniertechniken sowie Sonderformen, zu denen Lichtschachtmalereien zählen, die zum Beispiel auf Sylt verbreitet sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017